Bis jetzt haben wir ein wenig über Elektronenkonfigurationen gelernt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das verwenden können, um Elemente zu gruppieren am Periodensystem. Und vielleicht auch, was sie machen, wenn sie mit anderen Elementen reagieren. Jetzt schauen wir uns mal die Konfiguration von ein paar Elementen an, so zur Übung. Fangen wir mit Lithium an. Lithiums Elektronenkonfiguration ist, wir haben die erste Schale, das ist 1s2, wir haben zwei Elektronen da, dann haben wir 2s1. Und manchmal, um es ein bisschen schneller zu machen, macht man das so, geht einfach her, man sagt Lithium ist das gleiche wie Helium. Helium hat ja 1s2 und das 2s1. Das können wir dann so hinschreiben, in einer anderen Farbe. Also Helium 2s1. Das bedeutet also, Lithium ist das gleiche wie Helium und noch dann die 2s1 dazu. Okay. So, jetzt schauen wir uns mal Eisen an. Eisen hier unten. Jetzt könntest du natürlich immer ganz durchgehen. 1s2, 2s2, 2p6, alles runter. Aber du kannst jetzt auch hergehen und sagen, Eisen, die Konfiguration ist das gleiche wie Argon. Argon ist hier rechts drüben. Also Argon in Klammern hier drüben. Und dann schaust du dir die 4s2-Schale an. Und dann hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elektronen. 6. 6d. Wenn du in der D-Unterschale bist, das hast du ja schon gelernt, dann musst du ja zurückfüllen. Also du musst du vorherige Schale auffüllen. Wenn du im D-Block bist, füllen wir also erstmal die dritte Schale auf. Also 3d6 steht hier. Und warum ist das eigentlich so? Warum machen das die Atome so? Das ist wirklich interessant. Da habe ich mal ein bisschen drüber nachgedacht. Das wollte ich euch jetzt mal sagen. Und ja, machen wir es intuitiv. Aber in dem Fall ist es nicht so intuitiv. Und jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, wenn das Atom immer größer wird, dann werden auch die Zwischenräume zwischen den verschiedenen Orbitalen größer. Die erste Schale, das S-Orbital, sieht so aus. Und dann schaue ich mir jetzt mal die P's an. Die schauen so aus. In der zweiten Schale sehen sie so aus. Und der nächste Platz wäre jetzt die dritte Schale. Die dritte Schale sieht dann ungefähr so aus. Und jetzt wollen wir die dritte P-Schale auffüllen. Und das ist jetzt einfach nur eine Vorstellung. So sieht es nicht in Wirklichkeit aus. Aber dann sieht die drei P's, sehen vielleicht so aus. Oder sehen so aus. Oder so. Und dann bist du in der vierten Schale. Jetzt kommen wir in die vierte Schale. Und dann kommt jetzt wieder die S-Unterschale. Die sieht dann wieder so aus. Und jetzt ist es eben so, statt jetzt wieder mit dem nächsten P-Block anzufangen, sieht es vielleicht eher so aus. Also nochmal kurz. Das ist die vier S. Das ist die drei S. Das ist drei P. Das ist zwei P. Und das ist zwei S, die allererste. Und eins S ist natürlich ganz, ganz innen drin. Eins S ist zu klein. Und wie ich mir das jetzt vorstelle, ist es jetzt so, das P-Orbital wird zurückgefüllt. Du hast jetzt eben diese Plätze zwischen den Orbitalen. Und jetzt, nachdem ich also das 4S2 gefüllt habe, das ist das 4S, wenn ich das hier aufgefüllt habe, gehen wir jetzt einfach einen Schritt zurück und füllen die drei Schale auf hier, hier, hier. Das ist ein niedriger Energiezustand. Und hier brauchst du also mehr Energie, um diese Orbitale hier rein zu quetschen. Aber wenn die da mal drin sind, dann bleiben sie auch da drin. Und dann kommen natürlich die 4P-Orbitale, die 4P-Schalen. Und die Elektronen gehen also lieber in eine andere Schale, in die vier, anstatt die dritte da aufzufüllen. Die ist ja schon voll. Und wenn das Elektronen immer größer wird, wird also immer mehr Platz zwischen den verschiedenen Orbitalen. Und dann ist es eben so, dass es erstmal die Plätze auffüllt, die eben da innen sind. Ja, so stelle ich mir jedenfalls das Ganze vor. Und auf der Atomskala. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Jetzt machen wir mal hier weiter. Ich wollte hier nochmal kurz ausholen und euch nochmal erklären, warum ihr hier die dritte Schale erstmal auffüllt, wenn wir eigentlich schon in der vierten sind. Also, warum mache ich das Ganze? Wichtig ist es, um rauszufinden, wie viele Elektronen habe ich in der äußersten Schale. Bei Lithium habe ich eins in der äußersten Schale. Das hier ist die äußerste Schale. Ich habe einen Elektronen. Und im Eisen habe ich also, wie viele Elektronen habe ich in der äußersten Schale. Ich habe hier, das ist diese hier, die 4S2 ist die äußerste, die 3D6 ist die energiereichere Schale, aber die ist sozusagen nach innen gefüllt. Und außen ist die vierte Schale. Das sind die, die reagieren, da sind zwei drin beim Eisen. Das ist eine wichtige Sache. Also, ich habe hier quasi zwei Elektronen in der äußersten Schale. Und das gilt natürlich für alle hier drin, alle im D-Block, haben zwei drin. Jetzt schauen wir uns mal an. Nehmen wir mal an, wir sind hier in Periode 5, 5S1, 5S2. Und dann füllt man die vierte Schale zurück auf, rückwärts auf. Und wenn du also wissen willst, wie viele Elektronen du in der fünften Schale hast, dann hast du hier zwei. Alle, diese hier, haben zwei Elektronen, 1, 2, 2. Alle, die hier drin sind, haben zwei Elektronen. Und das ist die 4S2 in dem Fall. Also 4S2 sind in der äußersten Schale drin. Und wie viel hat nun diese Gruppe hier? Wie viele Elektronen? Die Gruppen, denkt bitte dran, die Gruppen sind die Spalten. Und da gibt es ein bestimmtes Muster. Beispielsweise in dieser ersten Gruppe haben alle ein Elektron in der äußersten Schale. Und zum Beispiel Wasserstoff ist 1S1. Es hat ein Elektron in der äußersten Schale. Und es gilt für alle hier, die hier haben zwei Elektronen in der äußersten Schale. Und das sind die gleichen Elektronen wie diese Gruppe hier. Weil ihr wisst ja hier, das wird rückwärts gefüllt. Aber in der äußersten Schale haben sie alle nur zwei Elektronen. Ihr wisst ja, im D-Block, in der vierten Periode, fülle ich erstmal die dritte Schale auf. Und ja, jetzt schauen wir uns zum Beispiel mal. Also diese hier oben, die haben also, das hier hat drei Elektronen in der äußersten Schale. Drei Valenzelektronen. Die hier haben vier, fünf, sechs, sieben und acht. Jetzt machen wir noch ein Beispiel. Wenn wir ganz sicher sehen, was ist die Konfiguration von, von, sagen wir mal, Selen hier. Hier. Also Sn, was ist die Konfiguration? Es hat die gleiche Konfiguration wie das Krypton. Dieses Element hier heißt Krypton. Es hat also das gleiche wie Krypton. Jetzt kann ich also Krypton rausfinden, wie das, indem ich alles rückwärts auffülle, rückwärts anschaue. Und dann hat es noch 5s2. Und dann füllt es den D-Block wieder auf. Da sind C drin. Also 4d10. Und dann füllt es den p-Block auf. Und dort haben wir also 5p2. Wie viele Valenzelektronen habe ich also hier drin? In der äußersten Schale. Was ist die äußerste Schale? Das ist die fünfte Schale. Das hier sind diese und diese. Die haben hier einen höheren Energiezustand. Die sind reingequetscht worden in die vorherige Schale. Aber diese hier sind im s-Orbital. Nun hier, das sind die wichtigen Elektronen. Das sind die, die reagieren, die mit anderen Atomen reagieren. Die Reaktionen eingehen. Und machen wir auch noch mit anderen Elektronen. Dann hat dieses hier 4 Elektronen in der äußersten Schale. 4 hat das Selen. Und das sind wirklich die wichtigen Elektronen. Und deswegen gibt es auch eine Notation, die sich nur auf diese Elektronen spezialisiert hat. Die schreibe ich euch jetzt mal auf. Und zwar zeichnet man dann einfach nur die äußersten Elektronen auf. Also für Wasserstoff habe ich 1. Du könntest so oder so schreiben. Aber es sagt immer das Gleiche. Hallo, hier ist noch ein Elektron auf der äußersten Seite. Jetzt schauen wir uns mal wieder das Eisen an. Wie mache ich das? Da habe ich bei Eisen 2 in der äußersten Schale. Die kann ich so hinschreiben. Und Elektronen wollen sich ja immer gern paarig darstellen. Wollen Paare sein. Deswegen stellt man die oft zusammen dar. Machen wir mal Kohlenstoff. Kohlenstoff hat 4 Elektronen in der äußersten Schale. Kohlenstoff kann ich so schreiben. 1, 2, 3, 4. Wenn ich sie nicht paarig darstellen will, dann kann ich das auch so hinschreiben. Und diese 4 reagieren dann mit anderen. Und was sagt mir das Ganze eigentlich? Dieses hier hat 1 in der äußersten Schale. Und diese blauen hier, die Edelgase, darüber werden wir noch reden. Die haben immer 8 Elektronen in der äußersten Schale. Und das sagt euch was darüber aus, wie die Dinge reagieren. Ihr müsst dazu wissen, dass alle Atome gerne 8 Elektronen in der äußersten Schale haben wollen. Sie möchten 8, 8 Elektronen haben in der äußersten Schale. Das ist die stabilste Konfiguration für Elektronen. Und es ist sozusagen der beste Energiezustand für ein Atom. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Zahl in der Chemie und in der Natur. Und es sagt euch etwas über die Natur der Atome aus. Und das ist wichtig, ja, letztendlich wie die Atome miteinander auskommen. Wer das wirklich genau rausfindet, warum das genau 8 ist, warum genau 8? Ja, ich denke mir, derjenige könnte eine ziemlich gute Karriere machen in Chemie oder auch in der Physik. Aber in jedem Fall ist es so, man hat es festgestellt, es ist halt einfach so, sie wollen 8 Elektronen in der äußersten Schale haben. Basta. Und jetzt schauen wir uns beispielsweise mal Kalium an. Kalium hat ja 1 Elektron in der äußersten Schale. Und nehmen wir mal an, du hast jetzt Chlor. Chlor hier. Chlor hat 7 Elektronen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in der äußersten Schale. Was passiert jetzt also, wenn du jetzt also Kalium und Chlorid zusammenbringst? Was passiert dann? Die einfachste Methode für das Chlor, um Elektronen zu bekommen, um damit also 8 zu haben. Es hat also schon 7 und möchte also unbedingt noch 1, unbedingt noch 1 Elektron haben. Und ja, und Kalium muss eigentlich nur 1 loswerden. Kalium, wenn es 1 los wird, dann hat es 8 Elektronen in der äußersten Schale. Dann zwar nicht mehr in der 4. Schale, aber in der 3. Schale. Aber die ist wenigstens dann aufgefüllt. Dann wird es also wie Argon aussehen, Kalium. Wenn es 1 Elektron verliert, dann sieht es wie Argon aus. Also wenn du Kalium mit Chlorid zusammenbringst, dann springt das 1 Elektron vom Kalium zum Chlorid über. Dann hat Chlor eine Konfiguration wie Argon. Das Elektron springt aufs Chlor. Das Chlor hat 8 Elektronen in der äußersten Schale und sieht dann also wie Argon aus. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass diese Gruppe hier, die man auch Alkalimetalle nennt, wir werden darüber noch reden, über die Alkalimetalle, diese Gruppe hier, man nimmt da meistens Wasserstoff raus, die wollen unbedingt 1 Elektronen wegbekommen und sind dadurch sehr, sehr reaktiv. Vor allem reagieren sie sehr gerne mit diesen Halogenen. Und die wollen unbedingt 1 Elektron haben, aber sie brauchen quasi nur noch 1. Und diese müssen 1 weg, abgeben. Der Grund dafür, warum Wasserstoff nicht dabei ist, ist ja, Wasserstoff kann ja sozusagen 1 abgeben oder 1 aufnehmen. Wasserstoff und Helium haben nur eine Schale, haben also nur 2 Elektronen, deswegen ist es so ein bisschen ein Sonderfall. Also Wasserstoff kann 1 Elektron verlieren oder 1 bekommen, um seine Schale aufzufüllen. Und jedenfalls diese hier sind die Alkalimetalle, die wollen unbedingt ein Elektron verlieren. Und wenn Chemiker reden, reden die einfach oft darüber, wie dringend Atome Elektronen abgeben wollen. Und das Ganze werden wir in den nächsten Videos nochmal genauer uns auch anschauen. Und das Ganze werden wir in den nächsten Videos